Man sagt, dass das Schicksal nicht erklärt werden kann. Dass manche Dinge ohne erkennbaren Grund geschehen. Sind Sie okay? Aber manchmal muss man einfach glauben, dass es einen höheren Plan gibt. Dass Dinge geschehen, um Unrecht wieder gut zu machen. Damit das Übel aufgehalten wird und die Bösen bestraft werden. Mir fühlt sich für mich alles so unwirklich an. Es wäre doch gut, wenn wir zum Abendessen irgendwo anhalten. Einmal verdanken, bitte. Willst du da drin? Hi. Hallo? Was verheimlichst du uns? Was sind das für verdammte Leute da draußen? So läuft das nun mal. Das ist der Preis dafür. Also reiß dich verdammt nochmal zusammen. Ich hoffe, du bist zufrieden damit, was du hier angeregnet hast. Der holt ab. Fahr verdammt nochmal schneller. Geht. Los. Der Scheiße. Ah! 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 Nein! Nein, nein!